Was geht ab ihr Spezi-Freunde? Recht herzlich willkommen hier wieder zu einem neuen Video hier im JP's Farm Project. Ja, heute, wie ihr schon seht, sind wir mit ein bisschen was Größerem unterwegs und zwar wir haben den T440 Holmer am Start, den schönen Teradrack. Ja, denn der Heiko von der MHD Schweinefarm hat uns beauftragt Kartoffeln voll zu ernten. Und das ist parallel einer meiner letzten Aufgaben, eigentlich die letzte Ernte, die ich hier heute erledigen darf. Also, dass ihr mal so ungefähr mein Zeitgefühl habt, wann ich das hier jetzt aufgenommen habe, ist heute ist der 14.05.2020, 2.04 Uhr. Wir haben eine richtig beschissene Ernte, eine sehr stressige Ernte hinter uns und ja, dadurch ist dann auch viel nach hinten und viel mit, wie soll man sagen, mit Tati Tata sozusagen, mit ganz, ganz schnell Arbeiten dazugekommen. So, und ja, wie soll ich sagen, für mich endet die Saison, ich habe jetzt noch gerade, alleine am heutigen Abend, also vorhin haben wir ja noch gestreamt, hier die Leitstelle Allgäu. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, das ist jetzt auch schon, ich denke mal, bis das Video hier rauskommt, schon ein paar Tage noch her. Vielleicht schon die eine oder andere Woche drüber. Ähm, ja und heute habe ich insgesamt über 20 Hektar geerntet, fast 30 Hektar, äh, getraschen, dann habe ich, ähm, ja jetzt noch gleich ein, zwei Sachen, das werdet ihr auch noch sehen im nächsten Video. Ähm, werden jetzt noch ein, zwei Videos kommen von der, ja, Mitte Herbstsaison, also von, von dem heutigen Abend sozusagen. Und dann seid ihr mal wieder irgendwann aktuell, äh, am Laufen. Denn, ähm, ja, wie soll ich sagen, es kam alles unerwartet, es war alles nicht so geplant, wie es ist. Die Ernte war für mich sehr sportlich, denn wir haben jetzt Krankheitsfall gehabt, äh, Schafi war zwischenzeitlich einfach zu Game Over, um noch irgendwie auf dem Server zu sein. Äh, Dealer gibt auch nur sein Bestes und hat ja auch, äh, Probleme und ja, dann ist es oft an mir hängen geblieben. Ich hatte relativ Glück mit der Arbeit im Real Life, dass ich, ähm, das ein oder andere frei hatte, ähm, sonst wäre die Ernte vielleicht noch beschissener ausgegangen. Aber, wir haben es geschafft, ich glaube jeder, also wir haben jetzt, glaube ich, noch fünf Felder, die immer runterdreschen müssen, die noch gar nicht reif sind, ähm, wo man sozusagen jetzt in der Woche runterdrescht. Das ist aber nicht mehr meine Aufgabe, für mich ist jetzt Feierabend mit der Ernte, wie ich hab jetzt, ich bin jetzt, äh, fertig, äh, ich muss jetzt nur noch Ballen einführen und, ähm, oder ne, Ballen machen, ja, Ballen machen. Und, ähm, und, ähm, noch ein Feld Mähen, so wie das einsammeln. Aber das seht ihr im nächsten Video, das kann ich euch jetzt schon versprechen. Ähm, entweder die Ballen oder die, äh, Aktion, ähm, wie ich mähe, also, ja, nicht mähe, sondern, ähm, wie ich schwadere und das Zeug einsammeln, denke ich mal. Ähm, naja, auf jeden Fall, das passiert alles noch. Also, das werde ich euch auch noch sagen, dass ihr ungefähr mal ein Zeitgefühl habt, wie, wo, was gerade eigentlich der Stand ist. Und, ja, Ernte hat Spaß gemacht, muss ich sagen. War, war stressig, war, für mich persönlich, wie ich auch schon in den letzten Videos gesagt habe, die Ernte, die ich noch nie so hatte, mit so viel Regen, äh, dass sie auch so noch hohen Feuchtigkeit ernten mussten, Sorgen haben, mussten sozusagen, dass gar nichts vom Feld runterkommt. Ähm, abnormal. Aber, hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ich bin jetzt gespannt, die ersten schmeißen jetzt, dadurch jetzt automatisch ihre, ähm, ersten Produktionen an. Ja, wir haben hier die MHD-Schweinefarm, die eigentlich bis jetzt nur die Produktion am Laufen haben, so wie wir mit dem LU, mit den Paletten. Die Mühle wird jetzt nach der Ernte angeschmissen, also, das LU wird trotzdem noch gut arbeiten dürfen, aber es wird dann ein bisschen ruhiger und, ähm, auch angenehmer für uns. Und, ja, auch hier nochmal der Hinweis, wer Bock hat, bei uns auf dem Server mitzuspielen, bewerbt euch, unten ist der, in der Beschreibung ist der Link. Wir suchen immer neue Leute, ähm, die einfach real spielen wollen, oder so realistisch wie vernünftig, so sagen wir mal. Und, ähm, einfach Bock haben, auf einen, äh, entspannten Server, wo Aktivität einfach da ist. So, hier kraxeln wir jetzt mal schon mal hoch. Ähm, das ist nicht das wahre, was ich eigentlich hier erwarte. Eigentlich wollte ich das Geld schnell runterhauen. Aber, easy. Dann setzen wir mal neu ein, oder fahren wir uns irgendwo an. Ja, jetzt gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwie einen Halt bekommen. Ansonsten müssen wir das von der anderen Seite machen. Aber, ja, das ist hier dieses Riese-Koloss, also, ich denke mal nicht, dass es nur für dieses Feld jetzt hier noch in den Einsatz kommt. Ähm, das konnten wir uns leisten. Ihr wollt gar nicht wissen, wie viele Missionen hier Schafi und Dealer runtergefahren sind, um sich das Ding hier noch zu leisten, um es zu gewährleisten, sozusagen, dass die Jungs hier ihre Kartoffeln ernten können. und der Heiko hier, der hat hier ganz, ganz kleines Feld angebaut mit Kartoffeln. Und ich kann sagen, der expandiert jetzt auch schon morgen äh, noch. Der wird hier auch auf einem großen Schweinemastbetrieb sein und dann ist eh vorbei. also da sind wir mit dem Ding dann ganz gut, dass wir das runterfahren, aber Abnormal. Einfach abnormal. Abnormal. Ich schieße jetzt hier einfach drüber. Wie der deutsche Allmann, der keine Ahnung hat. Tada, das bin ich auch. Aber ich muss sagen, das Ding ist brutal. Äh, also, hatte ich noch nicht so viel Erfahrung mit Kartoffelernte und sowas und auch im Real Life damit nicht. Ich habe bis jetzt im Real Life glaube ein, zwei Mal so ein Kartoffel vor der Ernte gesehen. Bei uns in der Gegend ist einfach nicht die perfekte Lage sozusagen dafür. Aber, naja. Dafür könnt ihr mir ja so vielleicht mal ein, zwei Sachen in die Comic schreiben, äh, wo man dann eher sowas findet und wo man denn, äh, oder wie sowas richtig denn genutzt wird. Weil ich glaube, also ich kann es mir nicht vorstellen, dass hier so ein, ähm, so ein, ein, ein Vollernter hier ein Vorgewende fährt und, und, und. Ich denke mal, man fährt hier wirklich die Reihen ab und fertig hat sich die Sache. Aber ich merke hier einfach, wie er gerade kämpft. Ne, ich fahre mich hier gerade einfach auch hart fest. Differenz, Stahlsperren, Allrad ist alles schon drin, aber ich glaube, das Feld ist nicht so perfekt, zumindest nicht mit dem Vollernter hier zu ernten. müssen wir wissen, müssen wir uns aufschreiben und dem Heiko berichten. Ich glaube auch der Heiko sieht das Video hier. Ähm, aber das werden wir trotzdem tun. Denn das LU ist da schon sehr, sehr freundlich. Ja, ansonsten, ich glaube, ein Baby habt ihr gar nicht gesehen, was wir Neuzugang haben, äh, im, im Fahrzeugpool. Und zwar, wir haben den, den Tucano, mit dem wir die Sojabohnen, ähm, getroschen haben, verkauft, haben noch die eine oder andere Mission gemacht, die eine oder andere Mission mehr, sozusagen, und haben noch den Lexion mit, ähm, der Gummikette vorne, gekauft, 12,5 Meter Arbeitsbreite. Uns war das einfach zu unsicher, das Ganze hier, sozusagen, zu ernten. Ähm, auf, auf der Basis hin, weil, ah, ich glaube, ich fahre viel zu schnell, so wie ich hier durchwackele, ne? Kann das sein, dass ich viel zu schnell fahre? Aussteigen war jetzt nicht die Lösung. Äh, vielleicht muss ich nur so 8 kmh fahre, 8 kmh? Dann wackele ich nicht so. Ähm, ja, also auf der Lösung hin, weil wir mussten einfach jetzt Hektar, also wenn ihr überlegt, 30 Hektar, in wie viel Stunden? Wann habe ich angefangen? Wann habe ich aufgehört zu streamen? Gegen 21 Uhr habe ich aufgehört, 21.30 Uhr war ich dann wirklich am Start, ja, 21.30 Uhr, jetzt ist 12 Uhr, äh, 2.13 Uhr, bis jetzt. Ja, da habe ich gut runtergeschrubbt. Und, ähm, ja, dann könnt ihr es euch ja ungefähr vorstellen, wie lange ich gebraucht habe. Und das mit 12,5 Meter heute. Ja, schwierig. Aber das sind wir froh, jetzt stellt euch mal vor, das hätte man nur mit einem Thrasher machen müssen, mit dem 7 Meter Thrasher sozusagen. Ähm, der hat für den Anfang sozusagen seine Dienste gut erfüllt. Aber, ja, Server, speichert mal rein. Ähm, ja, jetzt, wenn es so auf ganz, ganz schnell sein muss, war das dann halt nichts, ne? Genau, aber, nächstes Jahr wird wahrscheinlich ein kleinerer dann gekauft, keine zwei Lexions, sondern dann halt sozusagen, dass unser Plan ist, dass wir den Tucano wieder uns holen, und der dann auch in die Vermietung geht. gedeutet, wir haben es dann entspannter, weil dann auch die Jungs, nicht gut deutsch sagt, die Sachen auch sich ein bisschen mehr mieten können. Der Sinn dahinter war einfach, das erste Jahr, das LU einfach gut deutsch alles aberntet, weil, just in time arbeiten können. Ähm, denn man kennt ja manchmal seine Pappenheimer, da muss dann einer kurz offline, dann ist der aber noch nicht mit seinem Feld fertig, und hat es noch nicht zurückgebracht. Dann muss der andere warten, und das hätte jetzt einfach in der, äh, in der Erntesaison hätte das uns getötet sozusagen. So, also aktuell, ist Stand der Dinge, dass wir noch, 1, 2, ja, 5 Felder ungefähr abernten müssen, ja, doch 5 müssten sein. Ähm, wir können ja mal gucken, die 64, die 82, die 100, 101, 102, und das war's. Ähm, genau. Und was dann wir noch durch Missionen oder so, abernten können, das ist dann sozusagen Boni, für uns. Aber das, ist gut deutsch sagt, wirklich, ich glaub grad nicht machbar, ne. Also Wetterbericht hört sich gut an, für die nächsten, zwei Tage. Ja, aber die Kunden haben halt bestellt und wollen halt morgen schon wieder, sozusagen fertig sein und weiter, äh, ihre Produktion anschmeißen, sodass dann alles läuft und das vor dem Winter eigentlich, schon mehr Geld reinkommt, was ja auch vernünftig ist und vielleicht doch der ein oder anderen den Raps rausbringen. Dann haben wir ja auch zum Beispiel vom L.U. aus, ähm, rausbringen lassen, habt ihr ja mitbekommen, zum Beispiel, wo ich die, die Wiese gemacht hab, genau, da hat der Timo ja parallel Raps gemacht. Ich hoffe mal, ich, ich, ich tue das wirklich alles in der richtigen Reihenfolge abspielen, wie ich das aufgenommen hab, die Folgen. Aber, sollte man hinbekommen haben. So. Ähm, wie wir wackeln, ich weiß nicht, ob das so gesund ist. Das ist doch nicht gesund, oder? Das ist, das ist ja jetzt for real, das ist doch nicht gesund, wenn der so wackelt, oder? Chat, ich, ich weiß es leider nicht, ne? Aber, ja, äh, ich hol mal schnell den Daktor, ähm, da muss ich mal kurz rüberlaufen, und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, jetzt haben wir kurz uns einen Anhänger geholt, und einen Schlapper. Ja, was mir auch noch gerade aufgefallen ist, wir müssen noch unsere ganzen Fahrsilos verdichten, und das Ganze, aber das machen die Jungs alles. Also, ihr seht auch, das L.U., das hat noch ein bisschen was anstehen. Ähm, ja, hier muss ich noch später, die ganzen Ballen machen. Wir pressen nur Quaderballen, ja, ähm, von einem Feld, zwei, drei, drei Feldern lassen wir auch erstmal alles liegen. Da müssen sich die Kunden noch erst entscheiden, ob sie es selbst machen, oder wir es machen. Äh, ne, ähm, warum wir eigentlich gerade zu stressen, und das ist, glaubt das, was auch noch nicht so allen ein bisschen klar ist, das liegt eigentlich daran, ähm, in zwei Tagen schneit es. Wir spielen ja den Server auf Echtzeit, ne, also somit nur mit einem kleinen Zeitversatz. 15 Uhr mittags, ist 6 Uhr morgens. Ähm, und, ja, es soll schneiden, und es ist halt dauerhaft bewölkt, die Sachen werden manchmal nicht so, wie sie sein sollen, und, 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 und es kann sich halt auch jederzeit ändern, ne, Wettereinbruch kennt man, und jetzt schreien halt alle Hilfe, 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 wir wollen, wir wollen, wir wollen. Ein, zwei sagen dann parallel, ja, nie, wir warten. Ähm, deswegen, das sind so die 5 Felder, die jetzt noch da liegen, so gerade, und wir reden nur von Ernten gerade erstmal, und, ähm, ja, wir sollen dann aber auch schon wieder schnell wieder sehen, für die Jungs, ähm, wo du dann auch wieder so denkst, aha, wird ein bisschen schwierig, weil, manche haben keine Einzelkornmaschine, keine Kartoffelmaschine, keine Rapsmaschine, irgendwie sowas, ähm, weil viele wollen halt jetzt noch irgendwie Raps ansehen, natürlich, ne, weil dann haben sie nächstes Jahr Raps, im Frühling, dann, äh, haben sie wieder eine andere Kultur kurz drauf gehabt, oder sowas, wie auch immer, und, ähm, haben ihren Biodiesel, der natürlich auch sehr, sehr, sehr sinnvoll ist, also wenn ich überlege, wir sind heute auf dem, mit dem Maishäcksler kurz, äh, auf der 62 einfach mal stehen geblieben, ja, das ist halt belastend, ne, wenn du deinen Kunden hast, der sagt, hey, komm, wir machen das, wir reißen das jetzt kurz runter, ich muss im Prinzip ja offline, also ich muss dann auch weiter, ne, zum nächsten Termin, und, ja, dann geht dir der Sprit ab, ne, das ist dann belastend, weil da nicht acht ist, und dann denkst du so, okay, gut, jetzt tankst du mal kurz, ja, und dann denkst du so, mh, alles klar, Digga, vier Millionen Ärmer, gefühlt, also, deswegen auch wir bauen Raps an, hab ich ja schon gesagt, es ist schon, sehr, sehr wichtig, ja, aber ich muss auch sagen, ich werde glaube, das Ernten ein bisschen vermissen, so, man hat sich schon gewöhnt, so dran, ey, an den Häcksler fahren, an den Stress ein bisschen, es ist schon einerseits ganz entspannt gewesen, es war auch mal eine Herausforderung wieder, aber andererseits ist es auch so, jetzt bin ich mal froh, dass es so zwei, drei Wochen, mal wieder Ruhe ist, äh, wir sind jetzt Herbst, also Woche Winter, Woche Frühling, ja, also so in drei Wochen ungefähr, geht dann der Stress wieder los, wahrscheinlich genau in meiner Urlaubszeit, fällt mir mal drauf ein, äh, fällt mir mal ein, also, wenn wir Glück haben, ähm, wird es nicht stressig, wenn wir Pech haben, genau in der Urlaubszeit, er wird sehr stressig, weil, in meinem Urlaub, sind glaube ich alle im Urlaub vom L.U., da braucht man dann irgendeine andere Lösung, aber, naja, bis dahin werdet ihr auf jeden Fall noch ein paar Videos sehen, äh, was denn das L.U. so nebenher macht, na, denn, das L.U. schläft nicht, L.U. darf nicht schlafen, das ist das Problem, das L.U. so, das L.U. so, ja, meine Freunde, würde ich aber auch schon sagen, ich halte diese Videos immer so ein bisschen kurz und so gemütlich, dass man einfach so ein paar Informationen bekommt, und mal sieht, okay, was passiert eigentlich auf dem Server, ähm, und man sich dann auch wieder freut, wenn, was anderes kommt. Schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare, wie man, diesen, Kartoffelvollernte richtig benutzt, wie man eigentlich da richtig fährt, ähm, wann eigentlich diese Seiten, Schwenkfunktion sinnvoll ist, dies, das, das, würde ich mich freuen, mal ein bisschen Informationen darüber zu sammeln, über die Community wäre cool, und, ja, ich freue mich drauf, auf euer Feedback, würde ich mal sagen, Guys, das war's, drittletzte Video von der, ne, das letzte Video von der Ernte, also wo wir was ernten, und, äh, jetzt folgen noch zwei Videos, die ich sozusagen, vor, 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 produziert hab, ähm, ich hoffe, ihr habt Bock drauf, ich hoffe, euch gefällt das Projekt, schreibt einfach ein bisschen was in die Kommentare, würde mich freuen, und, äh, ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, und, wir sehen uns, beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, ähm, Spezi Trinker, aufgepasst, es geht los, Spezi hoch, Spezi bruscht, Servus, bis dann, Ciao.